Ich habe es uns in den Kommentaren so ein bisschen gelesen, dass... Das muss ich immer dazu schreiben. Das ist so asozialisch, was ist das? Dass ganz viele Fragen bezüglich der Gamescom waren und wie das da aussieht. Und mein Ding wäre halt, dass ich... Ich bin schon am Mittwoch da. Weil ich einen Presseausweis mehr oder weniger habe. Und schon einen Tag davor ein paar organisatorische Sachen kläre. Denn es ist ja wirklich witzigerweise so, dass ich am Donnerstag, dem 22. Jahr den Dr. Pepper Cup dort vor Ort caste. Auf der Hauptbühne, was ja... Oh Gott, jetzt habe ich mir selber ins Auge gestaucht. Was ja übel nice ist. Und das will halt alles gut organisiert sein. Und ich will da gut vorbereitet sein und so weiter. Deswegen bin ich da schon einen Tag vorher da, um mir die Technik ranzuschauen und so. Und ich werde auch dort viel filmen. Ich werde so viel filmen, wie ich darf. Denn ich werde dort mit einem guten Freund da sein und mit meinem Bruder. Und beide sind dann quasi meine Assistenten. Und helfen mir da beim Film und so weiter. Und einfach nur beim Abhängen. Mein Bruder wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit da sein. Also ich bleibe voraussichtlich bis Mittwoch. Äh, nicht bis Mittwoch. Bis Samstag. Ich glaube fünf Tage. Das würde ich sagen. Und mal gucken, was da so ist. Also wie gesagt, Donnerstag ist für mich dann purer Arbeitstag mit dem Cast. Das geht auch relativ lange. Und die restlichen Tage ist dann einfach nur abhängen. Vielleicht kann man Spiele besuchen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, um etwas zu gewinnen. Ich überlege, ob ich hier irgendeine Imitation übe. Das letzte Mal war ja irgendwie so, dass da ganz oft hier irgendwelche Contests waren, dass man irgendjemandem nachmacht. Irgendeine Stimme. Also hier, keine Ahnung. Irgendwelche Torns oder irgendwelche Sprüche halt von den entsprechenden Champions. Entschuldigung, ich muss ganz kurz zwei Dinge gleichzeitig. Das ist OP, aber ich will ja das Team Setup. Fett. Cool. Wisst ihr was? Mein Lieblingsgegner ist Irelia. Das war schon in den Seasons davor so, dass Irelia einer meiner übelsten Lieblingsgegner mit Zinscht war. Ich fühle mich extrem wohlgefühlt und übelstes unnormales Selbstbewusstsein ihr gegenüber. Ich hoffe, das habe ich noch. Immer noch. Und ja. Mal gucken. Ich fühle mich eigentlich gegen sie sehr, sehr wohl. In Jarman ist ein bisschen bitter. Aber Graves ist auch ein angenehmer Gegner. Graves kann auch ein bisschen kiten mit seinem Dash, aber nicht so hardcore wie Vayne oder sowas. Wenn er Graves einloggt. Aber in Vayne geht ja gar nicht. Wie ich gerade. Es real wäre quasi noch schlimmer, aber er ist ja auch in unserem Team. Also eigentlich... Ah, Varus ist super. Varus ist voll das Zinsstopfer. Und das sieht gerade aus, als ob die kein Team zustande kommen. Draven geht auch. Draven kann ich auch catchen. Oh, die sind echt identisch von den Punkten her extrem. Wenn der Typ gerade noch so über mir ist. Mal gucken. Die fragen, ob ich mal einen anderen Zinsstopfer auspacken soll. Kann ich mal. Kann ich mal eine Hexer-Zinsstopfer nehmen. Wobei der Server-Zinsstopfer ist. Das ist noch. Ja, das stimmt. It's true. Oh, ich kann sogar mal jeden traden. Das passiert mir auch nicht so häufig. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich versuche mich jetzt voll zu fokussieren. Und, ja. Versuche immer wirklich, es ist mein Bestes gegen die Irrea zu geben. Naja, die berichten ja alle über ihre Promo-Erfahrung. Und es stimmt wirklich, dass man gegen... Wenn man so auf die Promo zugeht, echt wenig Punkte bekommt. Und, ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich bin gespydert. Die Irrea fühle ich mich eigentlich grundsätzlich wohl. Und dann müsste es passen. Bei ihr ist es halt so, wenn sie ihr Dash macht. Und das nicht refreshed hat. Was eigentlich sehr selten ist. Aber trotzdem, dann kann ich sie halt ziemlich nice in Tower fliegen. Problem ist bei ihr, wenn sie gut reagiert, dann springt sie halt zu dem... Also zu mir selbst wieder. Also ich flinke sie in Tower. Sie kriegt einen Shot sehr wahrscheinlich ab. Und dann ist sie wieder sofort bei mir. Mal gucken. Blitzcrank. Meine derzeitige Blitzcrank-Winrate ist katastrophal. Aber wir haben ein gutes Setup generell auf der Botlane. Und er will auch Supporter spielen. Geht man davon aus, dass er Supporter ist. Und... Ich selber bin jetzt ja nicht auf der Botlane gegen Blitz. Aber ich hoffe einfach, dass da nichts kaputt gemacht wird. Habe mich ja trotzdem für Teleport entschieden. Bin dadurch kein Killer auf der Lane. Aber... Ich finde es sowieso relativ kräftig am Anfang. Und ich kann halt die anderen Lanes... Ich finde Teleport total okay. Ich finde Teleport richtig nice. Das ist auch so ein Ding, das man verwenden kann. Oder diese kann man benutzen, um einfach auch eine verlorene Lane noch in irgendeiner Form positiv zu beeinflussen. Und Zincht ist halt ein Typ, der sehr oft die Lane verliert. Und ich habe so seit 100 Jahren nicht mehr gegen die Räder gespielt. Und wie bei Zeweden damals war es halt ziemlich schön. Sehr ehrlich. Mir steht gerade Leona Masteries. Ja, das ist einfach nur der Name. Das sind aber meine defensivsten Masteries. Mir fragt gerade jemand, ob ich... Ich nehme mit OBS auf. Open Broadcaster ist das. Und das ist ein totales Standard-Stream-Programm. Es ist free. Es ist gut. Es ist nicht so professionell wie XSplit, aber es ist halt open und es wird immer wieder dran geschraubt. Und es gibt dann Plug-ins. Und das ist total cool. Es hat auch nicht so eine hohe Anforderung an den Rechner. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass XSplit mich nicht mag. Oder mein Rechner hier. Und da so ein bisschen rumzickt. Vielleicht lag es auch einfach an Twitch. Ich habe das zu einer Zeit benutzt, als ich Twitch auch verwendet habe. Als Twitch große, große Probleme hatte. Twitch hat immer noch ein bisschen Probleme. Aber damals waren sie halt echt super huge. Und da hat es halt immer gelaggt. Und ich wusste nicht, warum lag denn das? Fragt gerade jemand, ob ich... Makim. Ah, okay. Ob ich... Was für ein Supporter ist, was den Einfluss im Low-Bereich angeht. Und das ist wirklich schwierig. Also ich würde es fast gar nicht empfehlen. Also natürlich muss jemand Support spielen. Und wenn, dann würde ich einen Support empfehlen, der Killer ist. Entweder eine Tötmaschine ist, sowas wie Blitzcrank. Obwohl ich ihn eigentlich nicht mag. Thrash und Leona. Oder jemand, der extrem gut beschützen kann, wie Lulu und Jana. Also sind trotzdem relative Standard-Picks. Aber damit kann man halt deinen unbegabten ED helfen. Und trotzdem noch einen großen Einfluss auf das Spiel haben. Also sofort, dass meine Move-Speed immer... Achso, ich hatte letztens Charme. Shake or not to shake. Ihr habt ja auch schon ein bisschen geguckt hier auf LoL Nexus. Ich frage mich... Ja, was spielt das für eine Rolle? Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss ihn selber wissen. Ich versuche mich jetzt, sobald es geht, auf das Spiel zu konzentrieren. Und... Solche Gespräche finde ich äußerst die ist voll. Dem Dorans schilt immer so viel ab hier am Anfang. Das ist immer bochial. Theoretisch bin ich halt ein übliches Gank-Opfer. Javan hat einen guten Gank am Anfang. Normalerweise ist es wirklich verboten, mit Dorans quasi in dem Sinne zu starten. Aber irgendwie passiert es sehr häufig, dass meine Lane gepusht ist. Und ich aus einem Gank noch was Positives rausholen kann. Aber es ist jetzt in dem Bereich nicht mehr so hart. Aber ich fühle mich halt... Ich weiß jetzt nicht, was dort passiert ist. Ich will es ja gar nicht wissen. Wie sieht der Hextech echt cool aus? Bild ist irgendwie ein bisschen blöder aus, muss ich sagen. Aber sie selber hat auch kein Wort dabei. Aber dafür Boots. Und mit den Boots ist sie ein bisschen schneller als ich. Das ist nicht überragend, aber wo es ein bisschen... Ich will es einfach noch farmen. Farm, 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 farm. Ist halt ein bisschen gerade geleckt. Zumindest kann ich die Animation nicht... richtig durchgefühlt. Der deckt mich auch nicht. Dann lieber. Nichtsinn macht mir ein bisschen Sorgen. Ist da so hart invaded. Kommst da mit. Hätte ich mich jetzt outertainen können. Jetzt aber Ghosts auch. Vielleicht war es ein bisschen überreagiert mit dem Ghost. Aber... So einer will beschützt werden. Und bei der 2. Oh, ich muss den Dicken hier bekommen. Ganz wichtig, dass man darauf reagiert. Instant reagiert. Das war gerade super schlecht. Ich hätte es ja viel effektiver werfen können. Also, ich weiß schon, was abgeht. Nee. Ach, der winkt hier aber schlecht. Ich darf nicht zu viel Mana verbrauchen. Okay, die weiß anscheinend. Da muss irgendwo ein Wort sein. Das war gerade echt eine kleine Panikreaktion. Ich hasse, dass wir so viele Custom-Inions da sind. Ich wollte den jetzt auch nicht... Ich hätte ihn jetzt noch werfen können oder ein bisschen angiften. Werfen ist immer hier eine ganz praktische Last-Hit-Möglichkeit. Oh Gott. Boah, dieses Caster-Minion. Dieses Kanonen-Minion. Die sind so tödlich. Oh. Ich meine, dass ich hier für eine Todes-Wave habe, ey. So, ich verpasst mich. Was hat die jetzt gemacht? Ah, die war wirklich Space. Okay, er hat sich jetzt auch noch ein Wort geholt. Ich werde genau das gleiche tun. Ich werde mir eine Träne natürlich bauen. Das ist logisch. Und dann... ...warden. Und schon mal ein bisschen anfangen zu staggen. Wirdlane ist nicht über Kinger gewartet. Aber vom Farm her ist äußerst identisch und... Ja, ich bin jetzt ein bisschen behind vom Farm. Gegenüber der Irelia. Ich farm da jetzt ganz gut am Tower. Freest auch die Lane so ein bisschen. Shake or not to shake. Good job. First Blood hat man immer gerne. Oh, da liest es hin und rastet voll aus. Und ihr seht halt, mit dem Gift kann man da echt ganz angenehm traden. Ich kann halt immer so ein bisschen zu ihr hinlaufen und einfach mal ein bisschen Pestizide verteilen. Zwingt sie halt, die Tränke zu nehmen. Aber sie hat ja trotzdem schon ziemlich schon Damage. Haut jetzt hier oder holt sie raus. Was hier heilt, aber sie ist komplett out of mana. Hat auch jetzt keinen Philo Stone oder irgend sowas gebaut. Hat mich jetzt hier ein bisschen verdrängt, aber ich habe, glaube ich, eine höhere Regeneration erzielt. Viel höhere Gesamtregeneration. Sie pusht jetzt auch, also kann ich mir hier Zeit lassen. Ich muss auch immer wieder die Map so ein bisschen zu überwachen. Versuche jetzt hier so ein bisschen entspannter zu sein. Ach, Mendo! Übel. Immer so. Ich habe nicht, was ich umfahnd. Oh, die wirkt irgendwie gerade ziemlich schnell. Ist it fate? Wo ist es Daniel mal wieder? Das Problem ist, dass er das Fizz rumbekommt, um da keine Wards sind. Ich habe ein bisschen Angst vor. Oh, die Leona, die rastet voll aus. Boom. Schön, die Ulti hinterher. I'm the best. Oh no. Mist, ich werde wenigstens den essen müssen. Den Javan. Wie kam der überhaupt noch hoch? So wird es dumm. Das hätte mir meinen Goldvorteil so ein bisschen wieder. Oder immer überhaupt eingegeben. Ich bin jetzt vom Farm jetzt nicht überkrass hinterher, aber schon so ein kleiner Maximstandort. Ist auch schon tödlich bei mir. Also Maxim Farm-Behind-Standort. Geht's zurück. Bau mir den Gürtel und hol mir den Ward. Damit ich hier wieder ein bisschen Sicht habe. Sie hat jetzt auch schon das Dings geholt. Ich bin kurz davor zu Porten hierhin. Oh, er hat's geschafft. Hat die Bot-Lane? Ich glaube, die kriegen den. Da muss ich nicht helfen. Alle sind unten. Wir können sogar notfalls... können sie auch notfalls Richtung Dragon gehen. Den Tauern. Ouch. in debt really hurts team technisch mir riesengroße vorteile lane technisch wenn ich ein idiot selbst gegen ihre aber sie hat halt jetzt das gibt ja auch jetzt das neue das bord und dagegen nicht erstmal ganz schön machtlos also das voritem ist es nicht über kinger aber es ist ziemlich nervig ich habe keine knall ich kann mich nicht mehr ins 1 gegen die messen ist das problem nein würde ich sie jetzt wahrscheinlich töten wollen oder versuchen du hast den fetten leesint kick ins gesicht bekommen komm her dix mate das war wichtig ich hätte noch das level aufsteigen können aber fuck no So, jetzt mal ein bisschen davon, ein bisschen da und hier noch auf jeden Fall mehr davon. Ja, das wird einfach immer outfahren. Das ist so schlimm, ey. Das ist aber, it's the life of the cinch. Teleport habe ich jetzt auch ein paar Mal zur Lane einsetzen können, aber ich warte wirklich auf einen guten Moment. Sie hat das Botterk immer noch nicht fertig. Ouch. Oh Gott, jetzt habe ich mich verklebt. Jetzt hätte ich sie werfen müssen. Ja, der Trait hat super positiv ausgedrückt. Ich bin nervig. Oh, so mein Team macht alles und ich muss nichts tun dafür. Genauso muss man Dekorflächen spielen. Ich kann sie nicht töten. Selbst wenn man einen Tower würde mich dann stunnen und killen. Aber ich kann cinched sein. Das ist wichtig. Oh ja, aber die Schuhe 2 ist okay. Oh, das wird die Idee. Oh, das wird die Idee. Fliegen des Todes. Das war gerade super bad. Ich brauche Boots, merke ich gerade. Das ist doch mal ein billiger Gegenstein, der hypereffektiv ist. Das ist natürlich teleport. Oh, Sunfire lasted. Mit teleport. Sunfire ist tödlich gegen die Rede, ja. Das ist tödlich. Dann kann ich auch ihrem... Erstens macht sie kein Damage. Ich widerstehe ein bisschen mehr den absoluten Schaden durch das Leben an sich. Und ihr Lifestyle ist nicht mehr so gut. Oder es ist ja kein Lifestyle, es ist ja mehr so eine Wiederherstellung. Weil sie sind ja auch. Und dann geht das ab. Ja, okay, ich gewinne jetzt auch wegen Flame. Und dann geht das ab. Kommt das an. Wieso kann der so viel schreiben? Normalerweise wird man dann gesperrt. Also spielintern schon. jetzt macht es dann plopp und sie bei pinks hat jemals in das abo games zwangt ich kriege fünf werden punkte ich habe ich da den leisten lassen ich will bekommen star an item bild finde ich sehr Interessant. Er will seinem Team auf jeden Fall Mana geben. Mich interessiert das überhaupt nicht, was da steht. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Tut es nur für das gegnerische Team leid. Aggressiv. Jaun hat echt komisch gespielt. Oh mein. Na gut, das ist jetzt natürlich ein Gurken-Game, was den Unterhaltungswert angeht, aber für mich sind es 3 Points. Die Range geht aber ganz schön weit. Das ist wirklich super witzig. Das ist Gold 1 und dann wird er einfach immer weggekickt. Awesome. Schade, das ist kein Romo-Spiel. Das wär cool. Na ja, na ja, na ja. Schenkengauel schaut man nicht ins Mord. 26! 700 Punkte! Okay, ich muss jetzt ein bisschen reporten. Und ihr bekommt ein bisschen Musik. Bis gleich! 10! 25! 7!